Minecraft oder das echte Leben? Es wäre wahrscheinlich cool, wenn du einen leichteren Modus wählen könntest, wenn dir das Leben zu schwierig erscheint. Hier brauchst du weder Angst vor gruseligen Dingen noch vor Hunger haben. Aber das ist nicht wirklich interessant. Wählen wir den Modus Überleben. Jetzt müssen wir handeln wie im richtigen Leben. Nahrung finden, ein Haus bauen, uns verteidigen und Erfahrung sammeln. Natürlich ist das im Spiel viel einfacher. Mit einer Spitzhacke kannst du einen ganzen Baum fällen, der dann in der Luft hängt. Und du kannst Stein bekommen, indem du sie in ein paar Sekunden zerhackst. Ein Tag dauert hier nur 20 Minuten. Und sogar dein jämmerliches Pixelgesicht kann die Aufmerksamkeit von jemandem erregen. Du kannst so viel Fastfood essen, wie du willst und du wirst nicht dick. Das ist ein Pluspunkt. Du wirst jede Jahreszeit lieben und du musst dich nicht mal umziehen. Und du kannst einen Kaktus in dein Haus stellen anstelle eines Mülleimers. Er kann jeden Gegenstand verschwinden lassen. Wenn dir langweilig ist, kannst du ein Schaf umbenennen und es wird in verschiedenen Farben schimmern. Und ja, hier kannst du einfach ein Schaf auf der Straße treffen. Vergiss nicht, das ist Minecraft. Zeit, nach Hause zu gehen? Ach ja, vergessen. Es kann leicht passieren, dass dein Haus gestohlen oder zerstört wird. Sieht aus, als wäre das Spiel vorbei. Sie scheinen nicht sehr freundlich zu sein. Schnell, bastel dir einen Schutz! Die erste Waffe gab es schon vor 400.000 Jahren. Eine einfache Keule. Später erfanden die Menschen Pfeil und Bogen. Und dann, 4000 vor unserer Zeit, tauchten die ersten Reiter auf. Die beliebteste Waffe, das Schwert, entstand 1000 vor unserer Zeit. Arnold, du brauchst eine richtige Waffe. Die setzen ihre ganze Kraft ein. Deine Verteidigung ist da machtlos. Du brauchst ein Schwert! Ein Schwert ist ein Kunstwerk. So wie das japanische Riesenschwert Sambato. Ein Monat mit diesem Schwert entspricht einem Jahr im Fitnessstudio. Es ist zwei Meter lang und wiegt 16 Kilogramm. In der modernen Welt sieht man sie nur in Anime. Zeig's Ihnen, Arnold! Es ist nicht der Stahl, der die Schlacht gewinnt, sondern der Charakter. Ja, so ist's gut. So mag ich das! Es ist schon so viele Jahre her, Arnold. Du hast dich so sehr verändert, seit wir uns das erste Mal getroffen haben. Dieses Schwert wird dich nie im Stich lassen. Könnte es also ein Diamantschwert in der Realität geben? Diamant ist sehr stark. Andererseits wäre ein Diamantschwert nur halb so schwer wie ein normales Schwert. Ein Karat kostet 9000 Dollar und unser Schwert hat 3500 Karat. Es würde also 32 Milliarden Dollar kosten. Jetzt kommst du definitiv nicht mehr raus. Es sieht so aus, als hätten die acht Könige beschlossen, sich zu vereinen und zum ersten Mal für dieselbe Sache zu kämpfen. Um zu siegen, musst du die Weisheit der größten Krieger nutzen. Sie sagten, dass du kein Schwert brauchst, um zu gewinnen. Arnold, das ist wahr. Aber das wird einige Zeit dauern. In der gesamten Welt von Minecraft gibt es ungefähr 920 Billiarden Blöcke in allen Dimensionen. Ein Streamer hat es geschafft, 32 Millionen Blöcke in nur 2500 Stunden zu schürfen. Arnie, du kannst das schaffen, aber du wirst deine Zeit opfern müssen und deine Gesundheit. Jede Stunde, in der du nur sitzt, verkürzt du dein Leben um 22 Minuten. Und für diejenigen, die 11 Stunden sitzen, verkürzt sich das Leben um 40 Prozent. Außerdem gibt es Diabetes, Fettleibigkeit, Herzkrankheiten und einen frühen Tod. Oh Arnie, hast du schon dein eigenes Schloss gebaut? Aus Sand? Das wird nicht funktionieren. Du brauchst dein Minecraft Takeover Team. Das beste Team. Fertig? Jetzt kannst du es viel einfacher spielen. Oder vielleicht auch nicht. Während eines Spiels blinzeln die Augen nur viermal pro Minute. Dadurch trocknet der Schutzfilm der Augen schnell aus. Und wenn du Heizungen nutzt, dann fühlst du, Arnie, einen höllischen Schmerz. Aber für dich ist das ja gar nichts. Schließlich wird deine mächtige Armee bald die Welt von Minecraft erobern. Du musst nur noch den Knopf drücken und den Befehl geben. Aber wo sind denn deine Finger? Du hast zu lange gespielt. Dein Gehirn kann nicht mehr zwischen Realität und einem Spiel unterscheiden. Arndt, du brauchst wirklich eine Pause. Du fängst an, wie ein Creeper auszusehen. Was machst du da? Geh lieber raus an die frische Luft. Das ist nicht dasselbe. Nach dem Zusammenstoß mit der Werbetafel hast du ein Dimensionsportal geöffnet. Und das Universum hat dich in GTA 5 gezogen. Willkommen in Los Santos. Arnold, bist du bereit, der reichste und mächtigste Mann der Stadt zu werden? Steig ins Auto und los geht's. Lerne Michael kennen, eine der drei Hauptfiguren des Spiels. Was ist mit der ersten Mission? Zeig doch mal deine Schießkünste, Arnie. Und mehr zum Thema. Es ist ja kein Geheimnis, dass Los Santos eine total kriminelle und sehr gefährliche Stadt ist. Für den Anfang schlage ich aber vor, dass wir dein Aussehen ändern. Sonst siehst du aus wie ein Minecraft-Fan. Ein paar brutale Tattoos würden sich ja nicht schaden. Jetzt bist du ein echter Gangster und bereit, eine Bank auszurauben. Der Plan ist folgender. Du betrittst leise das Gebäude, schießt das Panzerglas heraus, sprengst die Tresortür in die Luft und nimmst all das Gold. Um schneller zu sein, musst du in GTA nicht rennen, sondern springen. Das Gewicht deiner Waffen und des Goldes, das liegt jetzt schon bei über einer halben Tonne. Aber in GTA spielt das überhaupt keine Rolle. Sie sind direkt hinter dir, du musst dich verstecken. Und das ist ganz einfach. Du musst dich nur an einem ruhigen Ort verstecken. Und nach einer Weile werden sie dich vergessen. Boah, sieh mal, das hast du gemacht, Arnold. Jetzt kannst du dein Geld sicher ausgeben. Für Partys, teure Anzüge. Kaufe alle Grundstücke in der Stadt auf. Und wache mit der schönsten Aussicht aus deinem Fenster auf. Aber das wird schnell langweilig. Hast du das vergessen? Du bist doch ein echter Gangster, Arnie. Oh ja, die extreme Verfolgungsjagd. Das ist echt cool. Los, Arnold, du wirst gleich erschossen. Ein Flugzeug? Drücke gefällt mir, wenn du weißt, wie man in GTA fliegt. Es scheint, als hättest du Pech gehabt, Arnold. Irgendwie bist du in einem modifizierten GTA mit einem riesigen Megalodon gelandet. Naja, du bist erledigt. Mission gescheitert. Warte, Arnold, du hast überlebt. Was ist das? Neues GTA? Wow, das ist Seiko Shidori. Ehemaliger Captain der Sky Squad. Als Kind wurde er in das Himmelskorb aufgenommen, wo er sein Land vor den Shinigami, Vampiren, Piraten und Girls und Panzer verteidigte. Als sich alle seine Freunde von ihm abwandten, blieb er allein mit einer Dunkelheit in seinem Herzen zurück. Arnold, du bist jetzt im beliebtesten Anime-Genre. Shonen ist eine Geschichte über einen Helden, der ganz unten anfängt, sich dann seinen Weg nach oben bahnt und schließlich seinen Hauptgegner besiegt. Du musst hart trainieren, um stärker zu werden und seine Philosophie zu verstehen. Vorwärts ist der einzige Weg. Triff die Anime-Highschool-Culture. Ein wichtiger Abschnitt im Leben eines jeden Anime-Teenagers. Ach ja, das habe ich vergessen zu erwähnen. Im Anime ist jedes Mädchen perfekt. Manche Männer überschätzen damit die Anforderungen an ihre Partnerin. Und oft genug wird diese Rivalität von der Waifu gewonnen. Die gezeichnete Frau. Arnold, es scheint, als wärst du für den Anime geboren worden. Eine Utopie wie diese kann nur durch Gundams aus dem Genre Mecha und Kaiju verhindert werden. Um ein Anime zu erstellen, musst du zuerst einen Manga zeichnen. Ein Manga ist so ziemlich genau wie ein Comic, nur dass man ihn rückwärts liest. In Japan wird für den Druck von Manga mehr Papier verwendet als für Toilettenpapier. Anime hat sich vom billigen Zeichentrickfilm zu einer florierenden Industrie entwickelt. Übrigens, diese beiden Mädchen sind deine Stiefschwestern. Keine Sorge, im Akchi-Genre ist das in Ordnung. Da ist er. Und du bist bereit für diesen Kampf. Lass dein Bankai los. Und verschwende nicht dein Furyoku. Hakime, mach dir die Kraft des Gründertitans zunutze. Kontrolliere dein Reiatsu. Seiko Shidori ist schwach. Ihm steht nur noch die Dunkelheit zur Verfügung. Und du hast das Licht, das dir die Freundschaft geschenkt hat. Erinnere dich an die, die neben dir gegangen sind. Erinnere dich daran, wofür das alles gut ist. Und lass dich nicht von... ...niemanden umhauen! Es ist wie elektrisiert. Es scheint sich ein ernsthaftes Duell anzubahnen. Ein Kartenduell. Mal sehen, was du in der Hand hast. Vielleicht finden wir ja was Interessantes. Oh Gott! Im Jahr 1993 gab Magic the Gathering, den Sammelkartenspielen, einen echten Schub. Ihr Wert hängt von der Einzigartigkeit der Karten und ihrem Zustand ab. Die teuerste Karte, auf der Pikachu abgebildet ist, wird zum Beispiel auf 5,275 Millionen Dollar geschätzt. Aber wenn du sie in deine Tasche steckst, dann sinkt der Wert sofort auf 50 Dollar. Das wird nicht reichen, Arnold. Wenn du der Beste sein willst, müssen du und deine Freunde das Schicksal eines echten Pokémon-Trainers auf sich nehmen. Bleib an einem Ort stehen und verlass ihn für den Rest deines Lebens nicht mehr. Ja, in der Welt von Pokémon machen Trainer meistens genau das. Bis der nächste Champion kommt und dich und dein Stofftier zu Staub zermalt. Aber das ist nicht das Schlimmste, Arnold. Langes Stehen an einer Stelle ist schlecht für die Därme. Die verminderte Durchblutung stört ihre Arbeit und verursacht Verstopfung. Nach einer Woche haben deine Beine riesige blaue Flecken. Nach einem Jahr verformt sich deine Wirbelsäule und deine Hüftknochen drücken auf alle Organe bis hin zu deinen Lungen. Wie jeder Pokémon-Trainer solltest auch du einen Rivalen haben. Und hier ist er, Seiko Shidori. Schau, er hat Abzeichen aus allen Ligen gesammelt. Er hat sogar Whitney Smiltank besiegt. Seine Eltern sind beim Autounfall gestorben, aber er hat zwei Holokarten von ihnen. Aber am wichtigsten ist, dass er Pokémon Rangers erfolgreich beschleunigt hat, während er eine Operation am offenen Herzen durchführte. Wusstest du, dass Speedrunner in den 70er Jahren mit der Veröffentlichung der ersten Videospiele aufkam? Die durchschnittliche Spieldauer von Pokémon Red und Blue auf dem Game Boy beträgt 25 Stunden, während der Speedrunner-Rekord bei einer Stunde, 50 Minuten und 17 Sekunden liegt. Du, Arnold, brauchst länger, um dein Bett zu machen. Vergiss alles, was ich dir gesagt habe, Arnold. Arnold, Abzeichen und Herzoperationen spielen keine Rolle, wenn du nicht an dein Pokémon glaubst. Seiko Shidori glaubt nur an Macht, aber wahre Macht ist die Fähigkeit zu lieben und zu verstehen. Also, Arnold, bist du bereit, das Spiel im Weltraum zu spielen? Naja, oder einfach rumfliegen? Auf der Erde, Arnold, hält dich die Schwerkraft unten. Springen und wegfliegen geht also nicht. Aber wenn du genug Geschwindigkeit aufbringen könntest, dann könntest du die Schwerkraft der Erde überwinden. Die Schwerkraft und die Trägheit gleichen sich aus und du kannst sicher in der Schwerelosigkeit um die Erde fliegen. Sicher in der Schwerelosigkeit sich zu bewegen ist nicht einfach und schon gar nicht mit deiner mangelnden Intelligenz. Arnold, es scheint, du hast eine neue Art Treibstoff entdeckt. Schwefelwasserstoff. Er kann dir helfen, mit den Monstern fertig zu werden. Zum Glück bist du nicht der Einzige, der das Flugtraining verpasst hat. Vorsicht, Arnie! Sieht so aus, als hättest du das Siegel gebrochen. Durch die offene Schleuse ist das Gleichgewicht der Gase aus den Fugen geraten. Zieh deinen Anzug an, Arnold. Hurra, du hast es geschafft! Aber jetzt gibt es ein weiteres Problem. Wie willst du jetzt die Monster hören? Ich glaube, du wirst die Monster einfach selbst verscheuchen. Nein, du bist nicht taub, Arnold. Schall kann sich nicht in einem Vakuum ausbreiten. Schall breitet sich in Wellen aus. Ein schwingendes Objekt überträgt seine Schwingungen auf benachbarte Moleküle oder Teilchen. Im Weltraum sind die Luftmoleküle so weit voneinander entfernt, dass sie keine Schwingungen übertragen können. Keine Luft, kein Schall. Es ist also besser, du bleibst im Schrank sitzen. Jedenfalls, solange man dich lässt. Houston, wir haben ein Problem. Ist das die letzte Tür? Er ist im Weltraum. Wir veranstalten eine Party im Stil von Among Us. Ein beliebtes Spiel mit über 500 Millionen Spielern. Mehr als jedes andere Spiel in der Geschichte. 97% der Spieler zocken die kostenlose Version auf mobilen Geräten. Der Großteil der Einnahmen wird durch die kostenpflichtige PC-Version generiert. Natürlich spielen wir die kostenlose Version. Wenn es kostenlos ist, ja dann spiele ich auch. Und ich habe Braun nicht ohne Grund gewählt, denn er wird in weniger als 65% der Fälle rausgeschmissen. In mehr als 90% der Abstimmungen entscheiden sich die Leute für den Rauswurf von Schwarz. Und das ist genau die Farbe, die du hast, Arnold. Lass die Spiele beginnen! Das Wichtigste, du musst schnell handeln, denn du kannst zu jeder Zeit getötet werden. Und hier ist der erste Mord. Keine Sorge, wir haben eine Menge Detektive hier. Die werden sofort herausfinden, dass du nicht der Betrüger bist. Ups, ich bin mir ziemlich sicher. Dass du hier beschissen wurdest, Arnold. Es ist Zeit zu verschwinden, bevor du in den Weltraum geschleudert wirst. Du musst Aufgaben im Spiel erfüllen, um dem Rest der Spieler klarzumachen, dass du kein Betrüger bist. Puh! Dieser Raum ist ja schon besetzt. Lass uns das Pärchen nicht stören. Es gibt eine neue Aufgabe. Du musst das Feuer im Elektroraum löschen. Sieht so aus, als hätte es geklappt. Sie glauben dir. Los geht's! Hilf diesem Spieler. Ich glaube, ich habe einen Feuerlöscher gesehen. Arnold, jemand versucht ernsthaft, dich reinzulegen. Außerdem sind laut Statistik die Elektro- und Verwaltungsräume die gefährlichsten Orte. Wenn du tatsächlich ein Betrüger bist, musst du die Maschine in die Luft jagen und das Spiel gewinnen. Es klappt nicht. Das ist cooler, Arnold. Du bist also kein Betrüger. Glückwunsch! Vorsicht! Hab ich dich, mein Freund. Verzeih mir, wir hatten Spaß, aber jetzt müssen sich unsere Wege trennen. Aber wir wissen sicher, dass du kein Betrüger bist. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer es ist. Aber manchmal ist der Betrüger viel näher, als du glaubst. Dies ist eine weitere Lektion für dich. Arnold, es gibt keine Freunde in Among Us. Hey Arnold, du suchst also einen Job als Programmierer? Na was? Du hast nur einen zweitägigen Programmierkurs absolviert, online? Komm schon! Aber in Roblox kannst du Spiele machen, ohne programmieren zu können. Es stimmt, nur sehr wenige Menschen schaffen es, ein Spiel zu entwickeln, mit dem sie tatsächlich Geld verdienen können. Die Idee für die Plattform entstand bereits 1989, mit dem Ziel, einen Simulator für das Physikstudium zu entwickeln. Die Beta-Version von Roblox wurde 2004 eingeführt. Das heißt, Roblox ist älter als der durchschnittliche Spieler. Im Jahr 2016 hatte Roblox nur 10.000 Konten. Im Jahr 2019 sind es eine Milliarde. Kannst du dir vorstellen, wie viel Geld du damit verdienen kannst? Es ist eine Anfangsinvestition erforderlich. Die erste Investition in Roblox betrug 560 Millionen US-Dollar. Tick-Tack-Toe? Arnold, glaubst du wirklich, dass irgendjemand darauf hereinfallen wird? Wow, du hast sie überzeugt, dir Geld zu geben? Das war eine sehr voreilige Entscheidung von ihnen. Es sieht so aus, als würde jemand sein ganzes Geld ausgeben, bevor das Spiel veröffentlicht wird. Ein wirklich tolles Spiel kann von ein paar Leuten in einer Garage gemacht werden. Es ist ja nicht so, dass jeder ein neues Google machen muss. Feiere noch nicht. Also Arnold, es ist an der Zeit, die Kredite zurückzuzahlen mit Zinsen. Du hast vielleicht gedacht, dass 1% Zinsen nicht viel ist, aber das ist pro Tag. Das sind 365% pro Jahr. Und wenn du den Zinseszins berücksichtigst, schuldest du jetzt ein Vielfaches von dem, was du dir geliehen hast. Hunderttausende von Insolvenzen werden jedes Jahr allein in Amerika registriert. 70% der Startups scheitern im ersten Jahr und weitere 25% im Laufe der nächsten paar Jahre. Du hast wirklich nicht genug Geld für so etwas, Arnold. Und jetzt hast du nichts mehr zu essen und keinen Platz zum Wohnen. Versuchst du wieder einen Job zu bekommen? Gut gemacht. Aber ohne eine Ausbildung kannst du nur Hausmeister werden. Und nicht einmal das. Es gibt genug Leute aus anderen Ländern, die drei Abschlüsse haben und bereit sind, jeden Job anzunehmen. Vielleicht wirst du endlich mal die Schule fertig machen. Die ersten Schulen gab es übrigens vor etwa 3.000 bis 4.000 Jahren. Im alten Summa. In Summa war die Schule ein Privileg. Und nur Jungen wurden dort unterrichtet. Du hast also Glück, Arnold. Computer waren noch nicht erfunden worden. Also musst du auf weichen Tontafeln schreiben. Puh, was für eine Sauerei. Ja, du hast großes Glück, im 21. Jahrhundert geboren zu sein. Was? Sie lassen dich nicht zur Schule gehen, weil du ein Erwachsener bist? Hm. Wir müssen uns ein paar ungewöhnliche Schulen suchen. Schau, hier ist die Dorse School. Und du bist schon ein Fan von diesem Spiel. Geh rein! Die erste Lektion ist Algebra. Ha, ha. Hast du das Flugblatt nicht gelesen? Die Lehrer hier sind Monster. Das ist sehr effizient. Arnold, hast du das einmal eins gelernt? Aber leider vergeblich. Vielleicht wendet deine Schule auch körperliche Züchtigung an. Nein, Arnold, du Trottel. Ich meine echte Bestrafungen. Im alten Ägypten wurden Kinder für schlechte Leistungen geschlagen. Und in Südkorea zum Beispiel wurde die körperliche Züchtigung erst 2010 verboten. In der modernen Welt ist die Schule ein normaler Lebensabschnitt. Aber nicht alle Kinder haben die Möglichkeit, diesen zu durchlaufen. Deshalb nutzen viele Menschen den Sport, um auf der sozialen Leiter aufzusteigen. Lauf schneller, Arnie, oder du endest als Mittagessen für jemanden. Zah, Hölle mit dieser Schule. Du kannst doch schon lesen. Fast 20 Prozent der Menschheit können nicht lesen und schreiben. Mathe ist also nicht dein Ding und Sport macht dich müde. Aber ich weiß, dass du Pflanzen und Tiere liebst. Besonders Tiere. Vor allem gebratene. Juhu. Biologie. Dieser Lehrer scheint seine eigenen Ansichten über die Evolution zu haben. Vielleicht solltest du eine andere Schule wählen. Ursprünglich bereiteten die Schulen die Menschen lediglich auf die Arbeit in Fabriken und Betrieben vor. Jetzt können die Kinder unter anderen Bedingungen aufwachsen, ohne Diskriminierung oder körperlicher Gewalt ausgesetzt zu sein. Außer natürlich Arnold ist an der Schule. Ich habe mich schon immer gefragt, wie viele Menschen kann der Train Eater auf einmal fressen? Einige Informationen. Der Train Eater ist eine Figur aus den geheimen Archiven der SCP-Organisation, die Aufzeichnungen und Beschreibungen verschiedener anormaler Phänomene auf der Erde aufbewahrt. Momentan gibt es mehr als 5000 Einträge. Das Ergebnis des Experiments? 37 Menschen auf einmal. Arnold, pack deine Sachen. Es ist Zeit von hier zu verschwinden, bevor du von der Magensäure des Train Eaters aufgelöst wirst. Einfach bei hoher Geschwindigkeit aus einem Zug zu springen, ist eine schlechte Idee. Aber du bist nicht im Zug, sondern im Magen. Lass uns den Würgereflex in Gang bringen und dich hier rausholen. Ein Tipp Arnold, versuche die Sitze zu kitzeln. Wie in diesem Lifehack, wie du aus dem Train Eater herauskommst. Und jetzt? Wie kommst du wieder nach Hause? Ich hab ne Idee. Wie wäre es, wenn wir einen Zug aus dir machen, Arnie? Die Eisenbahn ist das zweitbeliebteste Verkehrsmittel der Welt. Die USA haben die längste Eisenbahnstrecke der Welt. Hier ist Train Alt. Ehrlich gesagt, du siehst gruselig aus. Nicht wie der liebe Thomas, die kleine Lokomotive? Wenn du dir vorstellst, dass alle Züge menschliche Gesichter hätten, würden bei hohen Geschwindigkeiten die Augäpfel rausfliegen. Heil dich, Arnold! Nachts könntest du von dem Monsterzug Choo Choo Charles angegriffen werden. Der Protagonist des gleichnamigen Horrorspiels ist ein Monster, das auf mysteriöse Weise aus den Minen auftaucht, in denen sie zu tief gegraben haben. Er ernährt sich von Menschen und Tieren. Es gibt eine Legende, dass diese Monster seit Jahrtausenden leben. Drückt die Kolben, Arnold? Boah, du wurdest nicht einmal von Mr. Beast mit seinem Experiment aufgehalten. Wie du siehst, es ist gar nicht so einfach, Choo Choo Charles zu besiegen. Arnold, diese Straße führt direkt zur Klippe. Das ist deine Chance. Bring Charles dazu, dort hinunterzufallen. Alles, was du jetzt tun musst, ist bremsen. Bremse! Uh, Arnold. Diesmal Glück gehabt. Guten Morgen, Arnie Pick. Schau, da ist die berühmte Peppa-Pick-Familie. Du hast so ein Glück, Arnold. So viele Menschen würden jetzt gerne an deiner Stelle sein. Wo sind denn deine Manieren, Arnold? Die Peppa-Familie ist ein sehr konservatives und intelligentes britisches Völkchen. Bring mich nicht in Verlegenheit. Das ist definitiv nicht wie der Hauptstar Peppa-Pick. Die Peppa-Pick-Serie wurde in mehr als 40 Sprachen übersetzt und in 180 Ländern gezeigt. Der Jahresumsatz liegt bei über einer Milliarde Dollar. Ungefähr die gleiche Summe, die Al Capone in Chicago mit seiner Bande verdient hat. Bist du dir absolut sicher, dass du dieses Geschäft aufs Spiel setzen möchtest? Jetzt sieht es so aus wie in der echten Zeichentrick-Serie. Mommy-Pick bringt dir bei, wie man einen Löffel hält. Und Peppa neckt Daddy-Pick wegen seines Gewichts. Die dreiminütige Serie hat sehr schnell sein Publikum gefunden. In dieser Zeit zeigen die Autoren eine vertraute alltägliche Situation und bringen den Kindern bei, wie man das Leben lebt. Arnold, das sind die berühmten Pfützensprünge. Schau, alle haben ihre Markenschuhe an. Halt, wo willst du denn hin? Das haben wir doch schon besprochen. Arnold, die Polizei wird dir nicht helfen, weil Frau Hase, die Freundin der Familie, dort arbeitet. Jetzt lass uns ein furchtbar interessantes Spiel spielen. Hungriges Schwein. Peppas Popularität geht weit über die Show hinaus. In nur einem Jahr verkaufte das Unternehmen mehr als... Was zum Teufel ist los hier? Nun Arnold, ich habe genug. Pass auf dich auf, Kumpel. George, was für ein Treffen. Hast du dich jemals gefragt, was passieren würde, wenn man dich lebendig begräbt? Aber hier ist es echte Lava. Cool, oder? Das ist es, wozu ein gewöhnliches Kinderspiel führen kann. Eine globale Katastrophe. Berühre ja nicht den Boden, Arnie. Die Temperatur der Lava kann bis zu 1200 Grad Celsius erreichen. Du kannst dich auf allen Gegenständen, die du siehst, fortbewegen. Aber denk dran, der Stuhl verbrennt in nur drei Sekunden. Dein Bett verschwindet in fünf. Und dein TV schmilzt schneller als eine Fernsehwerbung. Arnold, komm schon. Komm rauf aufs Dach. Hey, aufpassen, nicht runterfallen. Wenn du in die Lava fällst, kriegst du schwerste Verbrennungen, die alle deine Nervenenden zerstören und dein Unterhautfett kocht. Aber das Gute ist, du hast ja gar keine Zeit zu spüren, wie sich die Lava bis auf deine Knochen brennt. Mensch, reiß dich zusammen. Nö, du Idiot. Metallkonstruktionen heizen sich immer am schnellsten auf, du Schwachkopf. Aber ganz ruhig. Selbst wenn du fällst, wirst du nicht ertrinken. Lava ist nicht so flüssig, wie es scheint. Im Gegenteil, ihre Dichte ist sogar höher als die von Beton. Um auf Lava zu laufen, brauchst du spezielle Asbeststiefel, wie die von Geologen. Boah, das wird heiß! Bei diesen Temperaturen wird das gesamte Wasser in den Ozeanen kochen. Und wir haben einen riesigen Topf Fischsuppe. Es ist an der Zeit, den letzten Fisch der Welt zu retten. Aber das Schlimmste ist nicht die heiße Lava, sondern das, was passiert, wenn sie abkühlt. Wenn sie an Temperatur verliert, bildet die Lava saure Dampf- und Gaswolken. Und die enthalten winzige Glaspartikel, die für Menschen gefährlich sind. Aber keine Sorge, bald wird sich die ganze Welt in die Hawaii-Inseln verwandeln, die durch Vulkanausbrüche entstanden sind. Dass du dich für Fußball interessierst, du überraschst mich immer wieder. Die Freude war wohl nur von kurzer Dauer. Sei vorsichtig. Oder magst du etwa tote Pixel auf deinem Fernsehbildschirm? Was zum Teufel hast du vor? Das gibt's doch nicht. Was für eine Überraschung. Das ist ein Quantensprung. Anscheinend hängt das Ergebnis eines sehr wichtigen Spiels von dir ab. Und du bist jetzt ein Fußballstar. Ronaldo. Nein, das ist ein häufiger Fehler. Das ist Ronaldo, ein brasilianischer Spieler. Und du bist der Besitzer der fünf goldenen Bälle. Cristiano Ronaldo, der portugiesische Spieler. Es ist Zeit für einen Strike. Tja, was habe ich bei deiner körperlichen Form erwartet? Jetzt solltest du wahrscheinlich vor all den wütenden Fans weglaufen. Zum Glück kannst du dich vor den Millionen wütender Fans in deinem riesigen Haus verstecken, das du über eine Privatstraße erreichen kannst. Arnaldo, du bist im Haus der Bediensteten Dumpfbacke. Deine prächtige Villa ist weiter oben an der Straße. So ein riesiges Haus muss Diener haben. Außerdem gibt es ein Fitnessstudio, ein Swimmingpool, einen Billardraum, ein Spa und zwei geheime Eingänge, die garantieren, dass dich kein Journalist jemals sehen wird. Arnaldo, wo bist du denn? Oh, ich weiß. Kannst du dir vorstellen, dass Ronaldos Körper nur 7% Körperfett hat? Obwohl er 35 Jahre alt ist, hat er nach seinen biologischen Messwerten die Gesundheit und den Körper eines 23-Jährigen. Christiano nimmt etwa 3000 Kalorien pro Tag zu sich, die er in sechs kleinere Mahlzeiten aufteilt. Ich weiß, dass du das auch machst, aber du bewegst dich nicht. Überhaupt nicht. Hast du wirklich geglaubt, dass alles so einfach sein würde? Christiano hat das beliebteste Instagram-Profil der Welt mit fast 250 Millionen Abonnenten. Das sind etwa 34% der europäischen Bevölkerung und 76% der Bevölkerung der USA. Und da sie dich in der realen Welt nicht erreichen können, werden sie dich über das Internet erreichen. Hast du es geschafft, auch das zu vermasseln? Sieht so aus, als wäre es an der Zeit, aus deinem eigenen Haus zu fliehen, du Trottel. Ja, das ist deine Garage. McLaren Senna, Royals Voice Phantom, Bugatti Chiron & Veyron und ein Ferrari 599 im Wert von 7 Millionen Dollar. Ja, rutsch nicht auf deinem Speichel aus. Ich schätze, er kann dir helfen, an Bord deiner luxuriösen 6 Millionen Dollar teuren und 27 Meter langen Yacht zu gelangen. Tja, sieht so aus, als hättest du wieder einmal einen Weg gefunden, der Kugel auszuweichen. Arnold, pass auf! Die Situation sieht nicht gut aus, Arnold. Warte, was ist das? Eine Dating-App? Das ist ja smart. Dein Kopf passt perfekt auf diesen krassen Körper. Du Glückspilz! Aber jetzt musst du 18 Stunden und 45 Minuten in einem Flugzeug verbringen, um ein Date zu haben, denn dies ist der längste Flug der Welt. Und du hast es wieder vermasselt. Jetzt musst du drei Aufgaben erledigen, um deine Auserwählte zu treffen. Oder überlebe einfach. Mal sehen, was deine Vorteile sind. Kleines Hirn, schwache Hände, Fastfood-Fresser. Alles ist wie im wirklichen Leben. Wähle jetzt deinen Charakter. Du kannst doch nicht mit leeren Händen zu deinem Date gehen. Hol was, Arnie. Größte Blume der Welt? Die stinkt doch nach Gammelfleisch. Wenn deine Freunde eine Fliege wäre, würde sie den Duft lieben. Diese niedlichen Kreaturen wollen dir einfach Malaria, Anthrax oder Durchfall geben. Nichts krasses. Ach, was haben sie schon? Es gibt nicht viele öffentliche Toiletten im Dschungel. Aber mach's doch einfach wie unsere Vorfahren. Das ist ein Aasfresser, Arnie. Sie fressen alles, was müft und stinkt. Es wäre besser gewesen, wenn du dich morgens gewaschen hättest. Steig auf die Lianen. Sie können sogar mit einem Elefanten umgehen. Nach 1,5 Stunden wird der Magensaft der Python deine Knochen vollständig verdaut haben. Du brauchst ein Messer, um dich herauszuschneiden. Das hätte dich bei einem Date mit einer Frau gerettet, aber nicht mit einer Python. Ich hab eine Python gefangen. Mal sehen, was da drin ist. Nur ich kann hier der Survival-Experte sein. Bring dich doch mal wieder in Ordnung. Du hast bald ein Date und bist voller Schleim. Du hast überlebt und nicht einmal einen Finger verloren. Jumanji! Und am Ende hast du eine echte Freundin. Oder nicht?